Hi zusammen, ich stelle euch heute einen Sekt vor, um genau zu sein, einen Chardonnays Bumanto Brut namens Intreccio von der Kellerei Cavit aus dem Trentin. Das Trentin ist ein sehr kleines, aber wirklich feines Weinanbaugebiet im Norden Italiens, liegt ungefähr zwischen Gardasee und Südtirol. Und Cavit ist wirklich eine moderne, also eine der modernsten und größten Kellereien in Italien. Was auch sehr spannend ist, die haben den größten Barrickkeller Italiens, also wenn ihr mal dort in der Nähe seid, schaut mal unbedingt vorbei, das ist wirklich ein Besuch wert. Und ja, wir bei Safa arbeiten auch schon sehr, sehr lange mit denen zusammen, also haben eine lange Tradition und Verbundenheit. Und ja, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Aber jetzt genug zur Kellerei, ich möchte euch noch was zu dem tollen Sekt hier neben mir erzählen. Ihr seht es schon in der Farbe, ein super strahlendes Gelb, hat eine ganz, ganz feine Perlage, ist an sich eher ein fruchtigerer Sekt, mit so einer ganz leichten Hefenote, aber wirklich dezent im Hintergrund. Und ja, ist ein perfekter Aberettivo, passt aber auch super gut zu Fisch oder zu Käse oder zu leichten Vorspeisen, zum Beispiel einer Lachskische. Probiert es mal aus, viel Spaß! Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal.